Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The Wolf Among Us. Wir waren ja stehen geblieben, in der letzten Episode, dass Toad angerufen hat. Und ja, wir hauen jetzt hier ab. Und wie gesagt, es kommt jetzt eine schwerwiegende Entscheidung. Also ich denke mal, dass es eine schwerwiegende Entscheidung ist. Wie gesagt, ich habe ja damals nur die erste Episode gespielt. Und ich werde mich auch gleich so wiederentscheiden. So, das können wir nämlich jetzt aussuchen. Ich möchte aber gerne zu Toad gehen. Ich möchte einfach gerne zu Tod, weil ich weiß, was da kommt und damit diese Entscheidung möchte ich gerne leben. Das Apartment des Holzfällers. South Bronx. Früher Morgen. Und wir kamen dann raus aus dem Fenster und ich landete auf Toads' Auto. Ihr habt euch einen wirklichen Müll. Ja, sieht schon schlimmer aus dem Tag. Oh ja. Haha. Das sieht echt schlimm aus am Tag. Ist jemand da oben? Hey Woody, was machst du? Hey Toad, bist du das? Hey! Weil wir wissen es ja nicht, was es ist. Es sei nicht aus wie Toad und es sei auch nicht aus wie Woody. Es sei auch nicht aus wie irgendjemand anders. Okay. Weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nicht? Oh wei, oh wei. Okay, genau hier ist zerbrochene. Na. Ich sage schon, waschbecken. Was haben wir sonst noch was hier habt? Genau, damit würde ich uns hauen? Was weiß das fast? Das will einen Schnуп? Dasarschloch. Großes Arschloch. Hier noch der Schrank. Bist du dir ganz sicher? Großes Loch in der Wand. Da unten das kaputte Auto. Ich glaube das passt jetzt gerade gar nicht mit dem Loch, oder? Wo wir rausgeknallt sind. Hat glaube ich gerade nicht zu 100% gepasst. Hä? Ach das ist hier. Nach unten gehen. Na los. Das Toads Kind, was da weint. Ist das dein Son? Toads? Ich denke. Sei schön da drin, ok? Hey Toad, bist du da drin? Wir haben erstmal höflich gefragt. Ja. Bigby! Und Miss White! Sicherlich kommst du nicht all diesen Weg nur für mein Vater. Doch. Also? Entschuldigung, Bigby. Es ist schrecklich zu sagen. Aber äh... Ich dachte, es war jemand anderes in Woody's Platz. Das war es doch. Äh... Nicht das, was ich untersuchte. Nichts, aber ein leckeres Drain-Pack. Imagination. Sie sollte mir das beste haben. Also, du weißt. Ein falscher Lärm. Es war jemanden, aber sie haben uns geholfen. Ist das richtig? Ich glaube, dein Vater hat ein Jahr oder zwei noch mehr. Ich habe nicht komplett zu den Händen, oder? Hm... Hm... Das ist ein totaler Wachstum. Ich schaue ein bisschen, bevor wir gehen. Okay? Je länger du sprachst, desto länger das dauert. Also, stand da oben und schau. Alles klar, alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich will nur nicht wachstum deinem Zeit. Das ist alles. Ich habe einen Sitz. Ich habe einen Tee. Was auch du möchtest. Tja, Toad. Was hast du zu verbehören? Tja, Toad. Was hast du zu verbehören? Ist das nicht gerade die Stimme gewesen von Clementine? Das hat sich gerade so ein bisschen angehört, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier noch mal reden hören. Hier auf jeden Fall schon mal was kaputt. Jetzt ist das. Fuckin' hell. Das Ding muss aus der Teele. Aha. Die Lampen einfach... ... aus der Teele. Oh, der Junge war schweifflig. Spiel mit Salzen und Salzenfisch. Wer weiß, was das Lampen ist. Alles angestöpselt. Okay. Kaputte Türklinke. Das sollen wir dir abkaufen, Toad? Na. Du verheimnis was, Kumpel. Wir suchen noch mehr Hinweise. Und dann bist du dran. Du verheimnis... Du verheimnis... Oh, Blut! Tja. Das ist nur ein Stück. Nicht schweig oder was. Du schweigst. Warum? Das ist Blut. Es ist noch frisch. Oh, ich habe meine Hande. Ich habe mich herumgefahren. Ich habe mich herumgefahren, wie ein Blut, versucht zu holen. Ich muss mich auf die Verkaufeln. Das klingt schweig. Ei, du nicht mehr schweig. Die Schweig war nicht lange. Die Schweig war nicht sehr lange. Ich glaube, es war eine Fähre. Und ein Frock. Die Schweig war nicht so. Du sprichst dich aber ein bisschen selbst, Toad. Kriegst du das eigentlich mit? Du sagst erst Schimmelfleck und dann auf einmal Jaja, hast du dich geschnitten, ne? Und was mit diesem Schirrhaken hier? Wo Blut dran ist? Hast du dich damit etwa geschnitten? Mehr als löchrig, deine Aussage, Toad. Mehr als löchrig, deine Aussage, Toad. Oh, die Poker? Ja. Was ist passiert? Oh, das ist... Das ist wie es passiert, nicht wahr? Oh, ich war... Ich hatte die Köln und es schweigte ein bisschen. Die Köln und es schweigte in meinen Fuß, wie ein Seashell. Aber wie ein schweiges Ding. Wenn du was sagst, sagst du was mit ihm. Wieso ist das Schweig noch draußen? Du hast... Wieso ist das Schweig noch draußen? Wieso ist das Schweig noch draußen? Du hast mir vorhin gesagt, dass du deine Hand kaltest. Ja, nein, ich habe meine Hand kalt. Ich habe meine Hand erst. Und das machte mich das Schweig noch auf meinen Fuß. Ha, 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 ha. Ruin das Fliep von Events, wirklich. Ist klar tot. Du willst... erwartest von uns, dass wir dir das abkaufen. Ich kann nicht einen großen Schweig davon machen. Es gibt nichts zu lösen hier, Sheriff. Ich erzähle dir alles, was passiert. Warum glaubst du mir nicht? Ich glaube, du verheimnisst dich. Ich glaube, jemand wurde angegriffen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, du verheimnisst etwas. Ganz ehrlich. Ich glaube, du verheimnisst etwas. Wieso, etwas? Vielleicht. Aber, äh... Ich sage dir die Wahrheit. Ich weiß noch nicht. Aber ich weiß, dass du etwas schweigst. Aber ich bin nicht... Und du wirst es nur schlimmer für dich selbst, desto länger du den Akt zu halten. Ich bin nicht schweigst du. Ernest. Wir sehen. Er hat allein seine Gesten schon, wie er guckt und so. Ja, ja, ja. Lieber Toad. Was haben wir hier noch? Ah, ich würde nicht hochgehen. Da stand auf jeden Fall was. Sein Staubring. Die Lampe. Könnte da passen? Ja. Die kaputte Lampe stand hier. Ok, was... Was ist das Ziel, mate? was genau was für ein spielzeug ist ein bisschen böse bist du mit snow reden ist das so ist im fenster kann man noch können wir jetzt gucken was von hier Das ist von innen aufgemacht worden, Kumpel. Nicht von außen. Oh wei, tot, tot, tot. Du brauchst keine... Du hast keine... Genau, wie ist Juno dich schon nicht reingelassen? Ich bin schon wieder aufgemacht, weil der Jammie Daddy nicht erinnert, dass er seine Pocken nicht erinnert. Bigby, komm an, ich bin für die Merse hier, mein Juni. Ich bin schon ein schönes Abend. Nur ich und mein Juni, und du hast genug Zeit genommen, mit all diesen... Die Kniffen auf meine private Belegungen. Ich bin sorry, ich bin echt cool. Ich bin wirklich. Aber bitte, 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 bitte. Nicht noch. Nicht noch? Wenn du mir die Wahrheit sagst, dann hau ich ab. Wenn du mir die Wahrheit sagst, Toad. Ich habe dir die Wahrheit gesagt, Mann. Jesus Christ, was mehr willst du? Du hast Toad below ihn? Drohe Toad. Toad, diese Geschichten haben keinen Sinn gemacht. Du hast dich auf den Poker. Du willst mir erzählen, was passiert? Sie denkt nicht viel an mich. Ich denke nicht... Oh, ich würde das nicht unbedingt sagen. Prozess? Herr Toad, du schmerzt. Oh, du schmerzt. Das war der... Ein Pfleger... Ein Pfleger... Ein Damm oder D. Du hast ihn rausgeheben, bevor du siehst, was er ist nicht. Wir blöden ihn, schreien über die Sanfer der Waldschweigen. Oder die Flottegeid... Ich weiß nicht. Wohin ist er gegangen? Sie kommen zurück und töten meinen Mann. Ich habe sogar versucht, den Ballstern eine Kote zu geben. Sie würden sie nicht nehmen. Wer ist die Kote? Die Frau. Der Vater schützt Dinge aus den Menschen, die hier leben. Äh, manchmal... Schützt? Ich nehme nichts. Ich schaufe hier, würde mich überraschieren. Ich würde mir nur repräsentieren, was zu hinterlassen. Wir werden jetzt die Kote nehmen. Wenn sie die Kote haben, eine Familie, jemanden. Alles klar. Schöne ihm das Kote. Finde ein bisschen Dressen. Nun würde ich es nicht außerhalb weisen. Na, was steht drauf? Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Brief oder so? Albert Lawrence. Der Toad, hätte es doch einfach gleich die Wahrheit sagen können. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen, TJ. Danke. Äh... Bis zum nächsten Mal. Und ich hatte recht, das ist definitiv die Stimme von Clementine. Oder täusche ich mich da? Ich wüsste nicht, dass ich mich täusche. Ja. Es geht immer so schnell? Nicht oft. Also, die Prinze jetzt? Die Lawrence. Ja. Das ist unser bester Lied. Unsere einzige Lied, wirklich. Wenn du es so sagst... Hm. Genau. Das ist unsere einzige Spur. Lawrence Apartment, South Bronx. Früh am Morgen. Ich will nicht hier noch länger bleiben, als wir müssen. Also, lass uns einfach eine Beziehung nehmen und es zu sein. Okay? Mh... Ich wüsste mich. Wir müssen uns fragen. Tja, wie es hier weitergeht, wie wir hier bei Prinz Lawrence weitermachen. Möchte ich gerne zum nächsten Part machen. Denn Zeit ist nicht dran, aber ich möchte es einfach trotzdem im nächsten Part erst machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat's gefallen und schaltet im nächsten Part von Savoy vom Morgen wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.